Hallo, willkommen zurück. Weiter mit Nebenquests. Hallo Bronn. Ach, ihr wieder? Ja, ich brauche ein Stück Fleisch von dir. Ich muss euch um etwas Fleisch bitten. Ich habe ein Wolfsjunges gefunden. Es ist kurz vor dem Verhungern. Zu schwach, um sich noch zu bewegen. Ja. So, dann füttern wir ihn also durch, damit er später, wenn er wieder bei Kräften ist, meine Herde reißt, ja? Redet keinen Unsinn. Ich bezahle euch dafür. Hier, nehmt diese Münzen und gebt mir ein gutes Stück. Nun, ich kann euch schwerlich verbieten, was ihr mit ehrlich erworbenem Fleisch anstellt. Hier, nehmt. Vielen Dank. Und jetzt noch ein großes Rind. Ich brauche ein Stück eures besten Fleisches. Oh, oder ein Stück Fleisch. So wie ihr euch anhört, wollt ihr dafür nichts bezahlen. Es dient einem guten Zweck. Gebt es mir und ihr habt die längste Zeit Probleme mit Hörger gehabt. Verdammt, das soll mir eine halbe Herde wert sein. Hier, nehmt. Danke. Nun etwas von dieser Flüssigkeit hinzu. Ah, ich verstehe. Gift ins Fleisch. Das wird Hörger schlecht bekommen. Und wie? Das hoffe ich. Wünscht mir Glück, dass ihr den Tausch nicht bemerkt. Dann alles Glück der Welt für euch, Freund. Ja, ich werde das schon machen. Folgt mir. Mal, Viren, du standest übrigens im Bild. Das nervt mich. Folgt mir. Diesen Seelenfeld hat Hörger immer kaputtgeschlagen. Na, das giftige Rindfleisch habe ich ja jetzt. Was muss ich jetzt machen? Wartet, bis Hörger schläft und tauscht sein Fleisch gegen das vergiftete Fleisch aus. Na, da muss ich bis Nacht warten. Nur dann habe ich eine Chance gegen ihn. Aber ich gebe erstmal dem Wolfsjungen das Fleisch. Das nicht vergiftete. Versteht sich. Und folgt mir. Ah. Hey, du siehst aus wie Hagrid von Harry Potter. Sehr lustig. Ja. Und los. Ja. Hier, ich gebe dir das Fleisch. Das Tierverzerrte, das Fleischgierige richtet sich auf. Dann läuft das Zielstrebige davon. Hä? Ein Monument wird angegelfen mir. Wo läuft der Welpe hin? Sofort. Bleib hier, Welpe. Du bist so klein. Ich erkenne dich nicht. Und los. Ah, ich kann mir vorstellen, wo du hinläufst. Ich würde meinen Arsch erwähnen, wenn du hier bist. Sofort. Mir nach. Ja, auch verwett ich meinen Arsch, dass du da hinläufst. Los, lauf. Oh ja, oh ja. Sieht gut aus. Hoffentlich kann ich in diesem Video noch eure Gr... vernichten. Und danach habe ich noch weitere Nebenquests. Oh mein Gott. Drachenpanzer. Spricht Orthank in Graufurt auf die Drachlingsschuppen an. Genau, das sind die, die wir von... Wie hieß ja noch? Ja, jedenfalls den Drachling, den wir in der Kaltmarkt versiegt haben. Seine Schuppen sind das. Vorwärts! Bist du endlich da? Ja. Da. Hier. Wo? Mir nach. Juhu. Ah, ich kann mit Tanara sprechen. Tanara, der Wolfsvater hat etwas aus dem Boden gescharrt. Er legt es in eure Hand. Tanara schiebt das Welpe mit der Schnauze seiner Mutter und stellt sich dann aufmerksam vor. Ich erscheint dich begleiten zu wollen. Tanara mitnehmen. Ja. Wir haben einen Wolf. Tanara. Auf mein Kommando. Mir nach. Sehr schön. Er hat mir noch irgendwas gegeben. Rune schützte Jawel, Stufe 11. Sehr schön. Na, jetzt kann ich auch die neue Zwerg-Rune einsetzen. Boah. Ja, vorwärts! Und wir machen uns jetzt so langsam Richtung Hörger auf. Denn bald wird es dunkel. Es wird dunkel. Und er wird schlafen. Sofort! Und ihr wisst, was dann passiert. Wir werden ihn überfallen. Er wird gar keine Chance haben. Sofort! Nicht viele Rinder hast du denn noch, Bron- Bron, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ist ja nicht wirklich viel. Auf mein Zeichen! Schnell! Gut, ich stoppe jetzt erstmal das Video, bis er... Bis es nachts ist. Bis dann. So, es ist doch tatsächlich Nacht geworden. Sofort! Und Hörger schläft immer noch nicht. Mir nach! Äh... Warum nicht? Mir nach! Er müsste schlafen! Schlaf endlich! Du sollst schlafen und nicht rumrennen! Ah, jetzt sieht's gut aus. Bereit! Und los! Wieso überfällt dir eigentlich nicht die Rehe? Wenn er die Kühe überfällt, dann kann er doch auch Rehe fressen. Schnell! Und los! Legt er sich jetzt endlich schlafen. Schnell! Sofort! Und los! Mir nach! Ja! Und los! Schlafende Hörger! Er steht immer noch! Er schläft im Schlafen! Er steht im Schlafen! Er schläft im Schlafen! Er schläft während des Stehens! Ja! Hörger schläft! Er beginnt sich jedoch zu regnen! Bald wird er aufwachen! Das Fleisch an seinen Gürtel eng! Ha! Warum? Was los! Komisch, jetzt liegt er! Zu euren Diensten! Toll! Jetzt sollst du aber aufwachen! Ich will dich vernichten! Hallo! Hallo! Hör auf mit Mittagspause! Aufstehen! Ich hasse die Wartereien! Oh Gott! Bei mir draußen ist es noch hell und ich bin trotzdem müde! Ach! Es muss an der Schule liegen! An der schwierigen Schule! Da! Er ist aufgewacht! Der Schwächter! Töte die! Töte die! Ja! Er ist besiegt! Und er hat für mich den Schlüssel für den Schwertfels. Haha. Da gehe ich bald hin. Eine tolle Karte, wenn ihr mich fragt. Optional. Das ist das Tolle an dir. Das Tor zum Schwertfels ist verschlossen. Ein spezieller Schlüssel wird benötigt. Ich habe ihn. Ja, der Schlüssel passt. Yeah. Genial. So, das ist aber nicht das Letzte, was ich in diesem Video machen werde. Ich werde noch... ...mit Urak Gursam reden. Ich habe so das Gefühl, er hat noch irgendwas für mich. Da, mein Wolfchen, folgt mir. Wie süß. Cool. Urak. Glück auf. Ja, okay, du hast nichts mehr für mich. Ja. Das war es erstmal für das Video und... ...im nächsten Video mache ich dann noch ein paar Quests. Dafür muss ich nach Grauford. Und dann werde ich mal gucken, ob ich in den Schwertfels gehe. Da gibt es noch einige interessante Dinge. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.